willkommen bei der vision mein name ist manner und ich zeige euch heute ein weiteres set die global events sind am start wie ihr wisst es alle und wie gestern schon erwähnt kommt heute ein weiteres set und zwar kommt heute das weitere zweite gefährliche set für die dark sound für den pvp bereich allgemein und zwar das predator set wir haben hier das sechster predator ich kann euch nur eins raten spielt es farm das testet ist es ist mega wir werden heute im livestream ein bisschen mit dem predator set zerbersten wir werden komplett den server auseinandernehmen es macht einfach so viel laune dieses set ich hoffe es gefällt euch wenn ja dann ein like und ab was in die kommentare und wenn ihr ein gameplay dazu sehen wollt dann schreibt es in die kommentare oder lasst es mich über die likes wissen schaut auch in meiner infobox vorbei unten könnt ihr bei twitter abonnieren schaut bei discord vorbei beim server und guckt dass ihr bei twitch vorbei kommt um die ganzen live streams nicht mehr zu verpassen ich hoffe es gefällt euch wenn was sein sollte lasst es mich wissen und dann würde ich sagen bis demnächst bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020